Critical Mass macht Spaß. Nicht jedem. Manchmal fühlen sich Autofahrer gestört, weil ihnen für ein paar Sekunden Radfahrer im Weg sind. Aber das ist umgekehrt ja auch nicht anders. Critical Mass ist ein Trend in vielen Städten der Welt. Radfahrer und Radfahrerinnen treffen sich scheinbar zufällig und unorganisiert, um mit gemeinsamen Fahrten durch die Innenstädte mit ihrer bloßen Menge auf ihre Belange und Rechte gegenüber dem Autoverkehr aufmerksam zu machen. Organisation? Es gibt keine. Critical Mass organisiert sich von selbst. Irgendwer fährt vorne weg und alle anderen fahren hinterher. Am 26. April waren es in Aachen über 150 Radfahrer. Startpunkt war der Elisenbrunnen um 18 Uhr. Es ging kreuz und quer durch die Stadt und am Ende endete die Tour wieder am Elisenbrunnen. Ich habe einige Teilnehmer gefragt, warum seid ihr dabei? Warum sind wir hier? Du willst eine große Fahrradtour machen, ne? Und wir finden es wichtig, dass es eine bessere Infrastruktur geben soll in Aachen und dass man hier auch mal ein bisschen für Sichtbarkeit von den Radfahrern sorgt. Seid ihr auch schon öfter mitgefahren? Nein, wir sind zum ersten Mal hier. Und wir sind sehr gespannt, wie es wird. Wir erkennen nur die Videos bisher. Und da haben wir gedacht, da müssen wir mal mitkommen. Kannst du mich mal hochreden? Äh, aber wir geben gerade ein Interview, Jule. Ja, also so wie es jetzt ist, können die Kinder ja auf keinen Fall irgendwie alleine durch die Innenstadt fahren. Da bräuchte man schon, so wie sich der Radentscheid dafür ja auch einsetzt, getrennte Infrastruktur für die Fahrräder, dass die Autos und die Radfahrer sich nicht so in die Quere kommen, wie das jetzt ist, bei den Schutzstreifen oder den Radfahrstreifen auf der Straße. Das kann man ja vergessen, da kleine Kinder drauf zu schicken. Also selbst Schulkinder kann man da ja nicht alleine fahren lassen. Ja, ich habe jetzt Feierabend, schönes Wetter noch ein bisschen und da dachte ich, ich fahre mal ein bisschen Fahrrad und sehe ja gerade viele Radfahrer und dann denke ich, das macht Spaß zusammen mit Aachen Rad zu fahren. Wenn man ein bisschen mehr Leute ist, dann geben die Autofahrer einem auch ein bisschen mehr Platz. Ich finde, das ist ein tolles Gefühl, wenn man mit mehreren Radfahrern in Aachen so fahren kann, wie man sich sonst in Holland am Meer fühlt oder im Urlaub. Es wäre toll, wenn man das jeden Tag machen könnte. ich endlich kenne, ich würde mit nur einem kommende Es ist so schön unter der Sonne, ich werde mein Zeit, weil ich wirklich nicht will, ich gehe zu arbeiten. Ich habe mich heute Morgen, ich schaue die Sonne und sehe die Sonne. Ich habe mich heute Morgen, ich schaue die Sonne und sehe die Sonne und sehe die Sonne. Ich habe mich heute Morgen, ich schaue die Sonne und sehe die Sonne und sehe die Sonne und sehe die Sonne. Ich habe mich heute Morgen, ich sage die Sonne und sehe 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 die Sonne. Ich sage und singe und singe, ich liebe es, ich mache mich, ich habe mich verloren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020